Willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zu Pokémon X hier bei DERCHO TV. Und ja, in der letzten Folge, meine Lieben, haben wir uns einen neuen Orden hier schnappt. Ihr seht es, sieben von acht Orden. Also es geht so langsam los. Und wenn ich mir schon so betrachte, wann wir losgelegen haben, also das ist natürlich das Datum der Erstaufzeichnung. Ja, es ging ja ein bisschen später ja los bei DERCHO TV. Ja, wird es wohl sehr interessant sein, wie es jetzt hier weitergehen wird. Denn, warum habe ich mich jetzt gedreht? Da wollte ich hin. Denn wir haben eine Nachricht, für die, die die letzte Folge verfolgt haben. Ich habe, wie gesagt, den Psi-Orden bekommen. Und wir bekamen eine Nachricht von Floderes, der nämlich gesagt hat, dass sie sein Team Flare nämlich im Besitz dieser ultimativen Waffe ist. und alle, die nicht Team Flare Mitglied sind, vernichten wird. Die Welt reinigen wird. Und ja, das wollen wir verhindern. Deswegen sind wir jetzt im Café Floderes, oder Bistro Floderes genannt, in Illumina City zurückgekehrt und wollen ja jetzt mal wissen, was hier los ist. Und ich entschuldige mich fürs Husten und Reuspern. Bin leicht angeschlagen. Hoffe natürlich kein Corona. Im Moment geht es ja. Hatte sich die, so sagen wir mal, gestern sich ein bisschen anders angehört. Ein Café so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir und so weiter. Haben wir schon mal einmal angesprochen. Da müssen wir jetzt hin. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn er halt nicht die... So. Mach dich am besten wieder aus dem Staub, sonst könnte bis heute... Sonst könnte es heute ungemütlich für dich werden. Aha. Ein Rüpel. Eine Serviererin-Rüpel. Rüpel-Serviererin. So war das. So, dann rasieren wir mal, ne? Oh, nur ein Kleopatra. Aber Level 46, nicht schlecht, ne? Erdbeben weg. Kurz und schmerzlos ist das. Für die Katze. War ich nur ein Mitglied von Team Flaro oder bloß eine Serviererin? Oder sie ist Manuel Neuer? Ja. Wenn das so weitergeht, stolpert er noch über die Geheimtüre, die zum Labor führt. Heute solltest du besser das Weite suchen, sonst gibt es Ärger. Hätte ich nicht erst ihn und dann... Aber, naja. Oh, Irokeck. Der Kek. Der seine Hose halten muss. Ja, komm. Da wird jetzt rasiert. Ja, ist ein Kampf-Pokémon, ne? Müssen wir aufpassen. Unlicht geht nicht. Deswegen... Lassen wir mal ein bisschen die Erde beben. Oh. 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 Oh, 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 oh. Ja, komm. Ein Klassiker. Das müsste reichen. Tut's auch. Und weg. Komplett vergessen, dass da zwei Trainer sind, ne? Ohne die rote Uniform von Team Flare fehlt einfach das gewisse Etwas. Selbst das hätte dich nicht aufgehalten. Oh nein. Er findet noch heraus, dass die Lösungsworte für die Geheimtüre hier im Café Sesam Öffne Dich sind. Sesam Öffne Dich. Nun. Ach, guck mal. So schnell geht's. Willkommen. Die Welt ist an einem toten Punkt angelangt. Es ist unmöglich, alles Leben zu retten. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte in die Zukunft in den Händen halten. Willst du auch eine dieser Fahrkarten lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Ich kämpfe jetzt schon gegen ihn? Alter. Los geht's. Er ist ein Kampf-Pokémon. Müssen wir aufpassen. Aber das kriegen wir hin. Mit einem einfachen Erdbeben. Reicht das denn? Oh ja. Tja. Garados. Da setze ich einen Spezialisten ein. Kennen wir ja alle. Mein Raichu. Ja, da geht der Bedrohame auf die andere Seite. Ah, da gehen wir in die Vollen. Und das hat funktioniert. Trotz jetzt neun Level Abstand. Oder waren es zehn? Ich weiß es nicht. So. Gravigator ebenfalls 58. So. Da setzen wir auch einen Spezialisten ein. Natürlich mein Schatzi-Pupsi-Quadju-Pupsi. Was? Ja. Männlich. Weiblich hat ja nicht so eine Mähne. Da machen wir die Wassersäulen. Und weg. Ganz einfach. Kramworks. Da könnte ich wieder. Mach ich aber auch. Also Raichu hat heute einen doppelten Einsatz. Was mich sehr, sehr freut. Ja. 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 Da reicht ein Donnerblitz, denke ich mal. 13 Level Abstand. Also das kriegen wir hier locker hin, würde ich mal sagen. So. 780 XP. Tja. Wahrhaftig. Tief in deinem Herzen ludert die Flamme der Überzeugung. Ja. Ich immer noch mit der Winterjacke. Passt eigentlich aber auch jetzt zu dieser Jahre. Du und dein Pokémon Team. Ihr meint es also ernst. Vorzüglich. Ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten. Doch hör mir zu. Eins hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens. Die Welt ist einfach zu groß. Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Gehen so nicht eigentlich immer bei vielen reichen Schnöseln das immer los? Also bei einigen? Wenn das bestimmt jetzt jemand hört, der, sagen wir mal, ziemlich empfindlich bei so einem Satz ist, dann will ich jetzt einen Shitstorm auslösen. Naja, es gibt genug Beispiele, die dieses Jahr das bewiesen haben. Aber, naja. Oder in den vergangenen Jahren. Muss man mal so sagen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Die Frage stellt sich jetzt hier, will ich das? Möchte ich das? Wohl eher nicht. Ne? Versuche ruhig die ultimative Waffe aufzuhalten. Doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Einer der Wissenschaftler von Team Flara hat den Liftschlüssel. Alles und jeden retten zu wollen. Dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, die Welt so peinigt. Ja, leider ist es ja immer so, die, die sagen, wir wollen die Welt retten. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber meistens denkt man sich eher so, die, die die Welt retten wollen, das sind verrückte Rechte. Es gibt aber auch verrückte Linke, die sagen, die wollen die Welt retten. So. Okay, dann müssen wir los. Erstmal drehen wir uns einen Wolf. Na gut. Das Warpfeld erfasst dich und schwupps bist du weg. Und jetzt geht das elende Kämpfen los. Oh, Schluck weg. Apropos Schluck weg. Ein Schluck Wasser wäre jetzt nicht schlecht. Es gibt, ne? Ein Erdbeben und es ist für immer weg. Und es ist für immer weg. Wir gehen nicht immer weg. Immer weg. Immer weg. Immer weg. Immer weg. Du Isare. Ich weiß, der letzte Satz hat keinen Sinn gebracht, aber egal. Wer Family Guy kennt, der weiß, was ich meine. Ja. Jetzt werden hier überwiegend Rüpel kommen, die halt mal ein, mal zwei Pokémon haben und ein paar Wissenschaftler. So, dann wollen wir mal kurz mal ausprobieren. Ah, guck mal. Mit ihrem VR-Headset. Wenn das nicht mal der faszinierende Trainer vom Kalos-Kraftwerk ist, so trifft man sich also wieder, genau wie ich es gesagt hatte. Kid is not amused. Gut, es geht nur in eine Richtung, ne? Trotzdem ist Kid not amused. McNein. McNein. Nein. Ich weiß, es heißt McNein, aber nein. Wow. Na gut, wir sind auf dem gleichen Level. So viel kann man das sagen. Also, gleiche Level, was der Angriff angeht, weil beide Bedroher. Aber ein... Wow. Jetzt kommt erstmal der Verhöhner. Da sind wir dabei. Das ist... Ja. So. 1449 XP. Shadrago. Jetzt kommt Glurak. Ist auch ein Drachen-Pokémon. Aber ich habe auch Drachenwut. Oh. Oh oh. Ja, es geht. Ja gut. Dann hauen wir mal rein. Kurz und schmerzlos hoffentlich. Wird aber eher nicht sein. Auch wenn jetzt Glurak X da ist. Hat sich jetzt ein bisschen mehr bewegt. Ja. Und es ist jetzt sehr effektiv geworden. Ähm. Probieren mal Feuer sollen. Ja, haut mir rein. Oh nein. Drachenklaue. Glurak. 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 Ich bin gerade sauer. Ziemlich sauer. Weil ich falsch gewählt habe. Sehr sauer sogar. Und ich merke, ich muss meinem Kouajutsu noch eine Eisattacke beibringen. Den Schlüssel habe ich zwar nicht, aber ich lasse dich trotzdem vorbei. Doch welches Warpfeld ist es wohl? Welches Warpfeld wirst du nehmen? Ja, ich denke mal, es wird das Grüne sein. Ah, Glurak. Gut, dass wir Beleber dabei haben. So. Habe ich eigentlich irgendwie was mit Eis? Für den Fall der Fälle, dass ich ja auch noch Dingens treffe. Flammenwurf. Toll. Ne, so eine Eisattacke habe ich nicht. Ich habe gerade gedacht, da steht Blizzard, aber das ist Bizarro Raum. Ne. Gut, soll ich nehmen Grün? Weil Gelb ist, glaube ich, Start. Drehen, 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 drehen. Schade. Ich wollte dich erschrecken. Wenn ich gegen dich ordentlich auf den Putz haue, lobt mich der Vorstand bestimmt auch mal. Nein. Weil es nicht geschehen wird, dass man dich lobt. Schon wieder Schluck weg. Ah, ist auch gleich wieder weg. Schluck weg hier, Schluck weg weg. Ja. So einfach kann das gehen. Erdbeppe. Und tschüss. 58 Quatuzo, sehr schön. Und Lucario, 58. Äh. Ja, komm, Lucario, wenn du schon 58 erreicht hast. Dann aber auch ordentlich. Ich sag mal, einmal Aurasphäre und gut ist, ne? Ja. 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 So. Verflixt schließt uns an. Nö. Auf keinen Fall. Das Rot oder Orange, was das ist, ist schön, aber nein. Rot ist sowieso... Moment, sind das nicht hier die Assistenten von Professor... Hier ist auch keine Spur von ihm. Du da, kannst du uns vielleicht weiterhelfen? Wir suchen einen baumhohen Kerl. Und das ist keine Übertreibung. Er ist ungefähr so groß wie ein komplett ausgerolltes VPT's Lang. Uns kam zu Ohren, dass Team Flara aus irgendeinem Grund ebenfalls nach ihm sucht. Was genau er mit Team Flara am Hut hat, ist allerdings noch nicht klar. Ich habe aber hier übrigens etwas für dich. Nimm hier das bitte an dich, Vadi. Es ist schön, dass ihr mit dem Beleber kommt, aber ich habe schon welche. Ach Mist, ich hätte eigentlich nichts zu tun mit deinem Namen nicht. Ich habe übrigens nur so getan, dass du so heißt. Eigentlich kenne ich deinen Namen nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß deinen Namen nicht, aber egal. So geht das. Weiter im Text. Ein gewisser Professor hat uns geschickt, um Team Flara das Handwerk zu legen. Du bist aus demselben Grund hier, stimmt's? Setz dich keinen unnötigen Risiken aus. Hier ist nichts. Nüchte, nada. Auch nichts am PC. Ja, Meisterball haben wir schon, ne? Sehr gut. So, gehen wir mal hier lang. Warum musstest du das Bett so intensiv? Hast du etwa vor dich aufs Ohr zu hauen? Und noch was? Kennst du dich mit dieser TM aus? Oh, Verhöhner. Da sind wir dabei. Ja, 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 ja. Jetzt kriege ich so viele Beleber gegen den Backe gehauen. Ja, Glurak geht's gut. Gibt's denn sowas? Warum trägst du denn nicht das geniale Outfit von Team Flara? Verstehe, du willst nicht, dass es im Bett falten schlägt. Da habe ich recht, ne? Ja, unbedingt. Ja, jetzt kann ich hier heilen. So. AP sind zumindest auch aufgefrischt. Naja. Jetzt wird gepflegt gekämpft. Ja, und gepflegt besiegt. Warum haben die alle eigentlich so einen Cleobadra? Ich weiß, wie es ist, mit diesem Pokémon im Team zu haben. Wie ist das? Ne? Aber trotzdem. Na egal. Ja, Beben weg. Ist ja, glaube ich, nicht sein einziges Pokémon. Einzigstes Pokémon. Ne? Meck, nein. Nein. Doch. Dann setze ich Lucario nebenbei ein. Warum auch nicht? Ne? Ist ja auch ein schönes Pokémon. Also, Lucario. Nicht MacNine. Als Pfiffchen ist es knuffig. Als MacNine... ...nein. Entschuldigung. Gute Nacht, MacNine. So. Ist immer so schön, wie die dann immer zusammenbrechen. Ist auch immer so fein zu sehen. Ne? So. Was passiert hier? Oh, ne. Ich werde dich gehörig umherwirbeln. Okay. Auch zwei Pokémon. Hundemon. Ja, da geht ein Erdbeben definitiv sehr gut aus. Also zumindest für meinen Navigator. Ne? Erstmal Bedroher schön reinhauen. Meint sich nicht irgendwie auch, dass Hundemon auch als Fähigkeit Bedroher hat? Ich glaube nicht, ne? Naja. Da knallt aber jemand mit der Tür. Ah. Das höre ich sogar leider. Naja. So. Fiaro 58. Sehr schön. So ist halt jetzt nächstes. Toxiquack. Wir bleiben dabei. Aber ich würde gleich mal wechseln, weil Rabigator schon 59 ist. Ne? Und Toxiquack aber auch. Oh, Trugschlag. Ah, das ist nicht sehr effektiv. Und es gibt erstmal noch was für den Beulenhelm. Oder vom Beulenhelm, besser gesagt. So. Ich würde dann aber gleich mal. Glurak, Level 60. Guck mal. Ja, das Pokémon, was vorhin gegen den Drachen-Pokémon verkackt hat. Ja, war eine falsche Strategie, wie gesagt. War eine falsche Strategie. So, dann wechsle ich mal. Ich würde mal sagen, Quodjutsu. So. Jetzt muss ich mal gucken, wohin. Lä, 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 lä. Lä, 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 lul. Du hast vielleicht Nerven, bist du auch wirklich bereit für diesen Kampf? Flare, 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 Flare. Nö. Also, Flare, nö. Ja, toll. Weiß nicht, jetzt kaum Wasser-Pokémon vorne. Schon kommt ein Elektro-Pokémon. Was soll dieses Mobbing hier? Wasser sollen weg. So. So, ich bin zumindest froh, dass, äh, guck mal, hat sogar gestimmt. Ja. Reiton 59, auch sehr schön. Irokeck. Ja, beim Keck bleiben wir mal. Warte mal, kann mein, äh, warte mal mal. Quachutzu hat auch eine Psycho-Attacke, ne? Sondersensor. Genauso gut wie Psychokine... Ach, stimmt. Es ist ja auch noch genau... Oh. Wieder eine falsche Entscheidung. Wasser sollen direkt. Puh. Das hätte schiefgehen können. Das hätte schiefgehen können. Aber ordentlich. Mklaaah. Eieieiei. Eieiei. Oh, wir haben hier noch Sonderbonbons hier, ne? Können alle auf 60 machen, so viel wie die reichen, oder? Vier Stück. Nein, nur zwei. Theoretisch. Oder drei. So, ich würde mal sagen... Gehen wir erst mal hier rein. Oh, nee. Nanu, hoch! Nanu, hoch! Halte die Klappe! Dieses Kindchen habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, und wer ist das? Also, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber er ist jedenfalls nicht in Team Flare. Los, machen wir ihn fertig. Ja, das machen wir. Ich darf aber zuerst. Oh Gott. Kein Doppelkampf, aber dafür jeweils einzeln. Mit ihren VR-Brillen. Oh, sag mal, riechen die das? Ohne Witz, wenn die gleich noch mal Erokex hat, ne? Dann wechsle ich. Oh, oh. Cheete. Cheete, cheete, cheete. Das kann jetzt problematisch werden. Ich wusste es. Ich wusste es. Es wird problematisch. Aber ich reagiere und hoffe... Oh, nur eine Top-Genesung. War ich nicht im Pokémon Center? Naja, gut, komm. So, Paralyse weg. Und über 100 KP sind wieder da. Donnerblitz. Oh, oh. Oh, hat ja viel gebracht, Mensch. Okay, Wechsel. Eine Top-Genesung gegen die Wand gehauen. Eine Top-Genesung gegen die Wand gehauen. Super. Hätten wir bei Rabigator bleiben sollen. Tja, keine Wirkung. Das hat aber die Vierfach-Wirkung. Voltensu ist ein tolles Pokémon, aber... Nicht heute. Piondragi. Bleiben wir dabei. Ich gehe jetzt auf volles Risiko. Ah. Let's go. So. So. Das Problem ist, ich komme nicht zum Heilen. Heißt, ich muss gleich schnell Quajutsu auswechseln. Mensch, du ungezogenes Kind. Hast du denn kein Mitleid mit Kaluna? Nö. Siehste? Ich komme nicht zum Heilen. Mit ihrer Google-Lens für Arme. Bei Wisch bestellt. Ja, Quajutsu. Wir wechseln. Das übernimmt Fiaro. Ja, ich rechne mit Zurückschrecken. Ja, kommt nicht. Airoas. Ja. Nochmal. Airoas. Oh, Tiefschlag. Oh, das zieht mehr ab. Aber es ist weg. So ein bisschen unzufrieden bin ich gerade wirklich mit meiner Auswahl, ne? 59. Kassi Surio. Oh, ich weiß gar nicht, was das für ein Pokémon war. Oh, ist eine gute Wahl. Ist doch, glaube ich, Stahl, ne? Irgendwie sowas. Ich habe so ein Déjà-vu-Erlebnis. Das habe ich, glaube ich, gestern. Also, sprich, die Tage bei Pokémon... bei pokémon kam es in gehabt so gleich heißt es hier haufenweise auf heilen so erstmal weg der keck das mein geheimnis ist trainieren und vielleicht auch mal die ein oder andere entscheidung einstecken unglaublich werde das gedacht dass ein kind uns beide besiegen könnte du und ein pokémon team habt im kampf prima harmoniert und ich weiß auch wieso wir haben wohl keine wahl wir werden die ein paar fragen beantworten wir haben den strom vom karl aus kraftwerk benutzt um die inbetriebnahme der ultimativen waffe einzuleiten doch das allein reicht noch nicht aus ohne die energie der pokémon ist sie wertlos auch einem kind wie dir muss es inzwischen klar sein dass diese steine diese steine sind der schlüssel sie absorbieren die energie der pokémon und transferieren sie zur ultimativen waffe die steine auf route 10 sind im prinzip so etwas wie grabsteine von pokémon als die ultimative waffe vor 3000 jahren eingesetzt wurde um den schrecklichen krieg zu beenden hat sie all diesen pokémon das leben geraubt das war der preis für den frieden und jetzt wissen jetzt und jetzt werden wir unseren traum wahr werden werden lassen wollen müssen wir ebenso opfer bringen trotzdem kacke dass ich eine top genesung verballert habe vielleicht finde ich ein und wenn ich kaufe ich noch eine neue so hyperheiler habe ich ja gott sei dank jetzt kommt es hat keine hyperheiler natürlich 29 stück ich bin auf alles vorbereitet so nun gut aber ich würde an dieser stelle mal einen cut machen werden dann in der nächsten folge weitermachen und dann werden wir mal herausfinden was hier abgeht also bis dahin sehen wir uns montags und freitags um 18 uhr hier auf diesem youtube kanal der ichotv games heißt er abonniert ihn aktiviert die glocke wenn ihr mehr wissen wollt und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut rein tschüss bis dahin